Yo Leute, ihr seht mal wieder jetzt einen neuen Ausschnitt aus meinem letzten Stream, heute mit meiner ersten Runde Cold War. Ich hoffe euch gefällt, lasst ein Like da und ein Abo und tschau! Mal wieder zu lange auf Pornolinein rumgesurft. Ich schwör, das war nicht mehr von der Pornoseite, Alter. Das war Realtalk echt nicht von einer, Digga. Ich weiß nicht, wo das kam, Digga. Ich hab doch mal einen Trojan auf meinem verkackten PC. Alter. Echt? Ja. Und dann? Muss ja komplett zurückgesetzt werden. Er hat aber danach immer noch Schäden. Ein Trojaner, Arme Nacke. Ne, aber ich kaufe allgemein und nix über Ding. Aber was? Über Pornoseiten? Ja Digga, da hab ich meine Probe abrufen. Ja, aber über PC kaufe ich nix. Ich hab immer Angst, dass da irgendwas drauf ist, dass dann alles abscannt. Oh nein, lass. Alter, mit dem Dutt für'n Glatzkopf. Ich weiß jetzt auch so wie Warzone, oder wie läuft das? Ganz normaler Online Multiplayer. Ah. Ja. Tdm. Multiple Choice. Tdm. Team Deathmatch. Ah. Tdm. Team Deathmatch. Tdm. Tdm. Team Deathmatch. Tdm. 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 Nein, ich hab's gecrackt. Junge, wie kriegt man denn das Ruckeln weg? Cardinal A. Oh, Junge. Junge. Oh, du bist laut, Digga. Ui, Alter. Erstmal auf Kreiz hinstellen. Oh, nee. Hackel, Mann. Junge, bei mir ruckelt es so hart, Digga. Ich kann mich einfach fast nicht bewegen. Uff, jetzt kommt die geile Mucke. Die YouTube-Video-2012-Mucke grad. Erstaunt. Bro, das ist ein Teammate. Exodus. Das hat grad mies geleckt, Alter. Nee, ich hab wieder irgendein Scheiß an meinem Finger hängen. Ich wurde schon wieder vom Gleichen gekillt, Digga. Junge, ich hab alles auf gering, gell. Alles auf dem schlechtesten. Ah, fuck. Man kann ja auch rennen. Ja, das Game ist schon anspruchsvoll. Panzerung angefordert. Weil etwas anspruchsvoll ist. Das ist so lag, Digga. Ich kann nicht mal am Gegner hinterherlaufen. Hallo. Oh Gott, Digga. Oh mein Gott. Ich hab ihn gekillt. Ach, Junge. Ach, du Heilige. Ist das Aim krass? Nein. Komm, nachladen. Nein! Irgendwie gibt's hier auch... Ich glaub, nicht nur bei dir ruckelst. Hahaha. Hahaha. Für den einen und den anderen, den ich eben geholt hab, erlöscht wird. Oh, Bruder. Shit. So, ich mach jetzt mal kurz ein Grafikkarten-Update. Ach, das war gar nicht mein Mate. Hahaha. Geil. Ich dachte absolut, das wäre mein Mate. Uh. Aim-Bot. Ich glaub, ich hab Aim-Bot. Gar nicht fit, was ich hier mach. Wir sind an der Spitze. Oh. Oh. Hoppa. Wir sind in diesem Kampf. Wegpunkt markiert. Wir übernehmen die Kont- 600 MB Update. Weißt, was steht, wie viele Stunden am Anfang kurz? 60 Stunden, Digga. Verscheinig, Ding. Verscheinig, Verscheinig. Alter, mein Aim ist halt wirklich... ...Aim-Bot verdächtig hier. Ja, die rutschen die ganze Zeit. Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich das drücken soll. Huch. 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 Vorwärts, Springen. Ducken ist C. Wer klatscht bitte Ducken auf C? Alter, welcher Untermensch? Äh, behindert natürlich. Was? Ducken? Ducken is alt. Ach so, ja. Ja, das stimmt. Berlin hat 2-1 gewonnen. Hab ich doch vorhin gesagt. Okay Geschwitztplatz jetzt Alter Ich... ich crank hier jetzt die 90s Komm einmal ein Schwimmbad Einmal waschen Ich schwitze hart Also dir gefällt dieses Video? Dann wirst du es grad kurz klein machen und ein Like da lassen Wenn du schon dabei bist, wirst du ein Abo da lassen Bei Twitter und Twitch rein folgen Damit du keine neuen Updates verpasst Den hole ich Es hat einfach keiner getippt Es hat einfach keiner getippt Ja hab ich doch gesagt Komm, die hole ich jetzt alle Meiner Pistol Ohne reinzoomen können Fass Geil, das macht Bock Wir liegen in Führung Als ob wir in Führung liegen, Alter, schwäch Ach, das geht nach Kills Peinlich hier ist Cold War Ist einfach kostenlos Weil es einfach so schlecht ist Echt? Ja Auf P4, Digga Und jeder... jeder beschwert sich über das Spiel Ich ändere mal hier ganz... ganz kurz mal wieder meine Einstellung zurück Geht hier nämlich grad gar nicht mehr Bissionsgebiet gesichert Gibi Win, Alter Ganz klare Nummer, ey Wie verstehe ich? Keine Ahnung Ich hab gefühlt die Hälfte vom Spiel Tab Ich hab die Hälfte von meinem Spiel Ich hab die Hälfte der Punkte vom vorletzten... Ich hab 8 gekillt, 14 mal bin ich gestorben Uff Die ganz... ganz einfache 05er KD Ich hab die Hälfte Ich hab die Hälfte